Seine Familie bekommt es bald mit dem einzigen zu tun, mit dem sie nicht klarkommt. Mit dir. Dominic Toretto hat uns verraten. Ich weiß nicht, wieso er das macht, aber das war nicht Dom. Wir haben einen Job in Berlin. Ihr wollt also spielen? Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn dir jeder Bulle der Welt am Arsch hängt. Ist das ein Torpedo? Übernimm das Steuer. Fast & Furious 8. Jetzt im Kino.